Die vierte Karte der großen Arcana des Tarots oder die dritte Zahlkarte ist die Kaiserin. Die Kaiserin wird dargestellt als eine attraktive Frau im besten Alter, die stolz und doch gelassen und gütig auf ihrem Thron sitzt. Auf den meisten Kartedecks ist sie schwanger und hält in ihrer vorausfühlend mütterlichen Geste ihren Bauch, in dem schon neues Leben schlummert. Wie die Kaiserin im Tarot hat auch derjenige, der jetzt diese besondere Karte gezogen hat, in irgendeinem Lebensbereich eine Vollendung erlangt. Ein großes und wichtiges Werk ist vollbracht. Er kann einen Erfolg verbuchen und ein Wachstumszyklus ist zu Ende, jedoch ein neuer kündigt sich schon unmittelbar an. Diese Abwechslung von Wachstumszyklen, die in unserem Leben ja spannenderweise immer wieder stattfindet und durch die Karte der Kaiserin repräsentiert wird, kann sich auf unterschiedliche Art und Weise in Liebe, Beruf, Gesundheit und Spiritualität auswirken. Auf der mystisch-okkulten Ebene ist die Zahl 3, die hier durch die Kaiserin symbolisiert wird, eine Zahl der Perfektion, denn sie entsteht durch die Addition der Maskulinen 1 und der Femininen 2, sodass ein Drittes entsteht, was für einen Übergang in eine weitere Dimension steht. In der heiligen Geometrie ist das Dreieck, das die 3 geometrisch versinnbildlicht, die erste vollkommene Flächenform und soll daran erinnern, dass alles im Leben mindestens drei Ebenen hat, Seele, Geist und Körper. Die Kaiserin, die schwangere Regentin, ist die Erfolgskarte für alle Prozesse, die geistig-seelisch sind und ins Körperliche abzielen. Sie ist die geniale Vorstufe der Manifestation, jedoch noch nicht die Manifestation selbst. Die 3 repräsentiert die Vollkommenheit in der geistigen Vorschöpfung. Materiell wird ein Gedanke nach okkulter Lehre erst mit der Zahl 4, die zur Erde gehört, und auf der Ebene der vierten Dimension mit Raum und Zeit. Insofern steht die Karte der Kaiserin im Tarot für die Gedanken, die jetzt reif sind, für die seelische Kondition, die nötig ist, um sie zu realisieren, und die richtige Verfassung, die bald alles zusammen wie einen Pfeil in die Zukunft schickt. Jedoch noch nicht das materielle Ende dieses Prozesses ankündigt. Beruf. Wer die Kaiserin als Tarotkarte zieht, hat im Beruf gerade alles richtig gemacht. Die Akten sind geordnet, die Vorgänge überprüft, der Überblick ist da. Das Symbol steht für Ordnung, Erfolg, Sicherheit und Anspruch. Auch für nötige Fortbildung und Seminare will die Karte der Kaiserin andeuten, dass man auf dem richtigen Weg ist und unbedingt so weitermachen sollte, denn sie steht auch für die Konsequenz und für die Autorität durch überlegenes Wissen und Können. Jetzt ist der Moment gekommen, um auch im Beruf mehr Verantwortung zu übernehmen, möglicherweise ein Team zu führen oder ein neues Projekt zu übernehmen. Vielleicht steht auch die Selbstständigkeit an und man will sich sein eigenes kleines Kaiserreich mit einem Unternehmen aufbauen. Liebe. In Bezug auf die Liebe kündigt die Kaiserin eine erfolgreiche Zeit an, in der man als Paar zusammenwachsen kann. Die schwangere Hauptperson auf der Karte zeigt auch an, dass innerhalb der Beziehung gerade etwas im Wachstum ist. Es kann tatsächlich ein Kinderwunsch sein, der gerade mit guten Chancen umgesetzt werden kann, oder ein Familienzuwachs anderer Art. Vielleicht erschleicht sich ein Haustier auf sanften Pfoten den Zugang in unser Herz und Haus. Das Wachstum innerhalb der Partnerschaft, das sich nun einstellt, kann oft auch einen emotionalen Prozess ausdrücken und für einen Zusammenzug oder generell eine neue Phase stehen, die mehr Freiräume, aber vielleicht auch mehr Verantwortung für beide Partner bringt. Gesundheit. Die Gesundheit ist generell von seelischen und geistigen Vorgängen dominiert, auch und gerade, was den Ausdruck auf körperlicher Ebene angeht. Da die Karte der Kaiserin die geistige Vorschöpfung in Vollkommenheit andeutet, sollten wir beim Ziehen dieser Karte überlegen, wie es eigentlich um den eigenen inneren Seelenhaushalt und die Gedanken steht, ob sie prinzipiell gut und förderlich sind oder zu einer Brotstätte für Probleme und nachfolgend vielleicht für psychosomatische Krankheiten werden könnten. Spiritualität. Spirituell ist die Kaiserin die erste Perfektion, die noch nicht physisch ist, sondern gleichsam den perfekten seelisch-geistigen Zustand ausdrückt. Ähnlich wie man ihn in intensivster Meditation erfahren kann. Nun geht es darum zu verstehen, wie die seelisch-geistigen Prozesse in der Zeit zusammenwirken und wie fein vernetzt unsere eigene Verbindung als multidimensionale Geistwesen mit allem Seienden ist. Die Kaiserin, Repräsentantin der Fülle, kann oft einen Quantensprung im Bewusstsein versinnbildlichen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen hoch, teilen Sie ihn und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie in Zukunft immer gleich informiert werden über neue Beiträge aus dem spannenden Gebiet der spirituellen Lebensberatung. Die Kaiserin, Repräsentantin der Fülle, kann oft einen